Wird dort DOR bald verboten? Das sind die neuesten News dazu, also bleibt dran. Ja, schon seit Jahren ist Verkaufen für die meisten Menschen ein großer Dorn im Auge. Denn Menschen lieben es zwar, etwas zu kaufen, sie lieben es, auf Amazon im Internet irgendwo unterwegs zu sein, shoppen zu gehen und sich neue Sachen zu kaufen, zu konsumieren, aber sie hassen es, etwas verkauft zu bekommen. Warum ist das so und was sind die Hintergründe, was gerade so ein bisschen, ja, einfach im Hintergrund passiert, was man nicht so mitbekommt? Also als allererstes ist es ja schon so, dass, wenn wir mal sehen, zum Beispiel Telefonverkauf, ist ja schon sehr stark eingeschränkt worden. Also du kannst nicht einfach ein Telefonbuch nehmen und dort einfach irgendwelche Privatkunden anrufen. Das ist verboten, sondern es ist wirklich heutzutage nur noch erlaubt, Leute anzurufen, von denen du deren Okay hast, deren Einverständnis oder Businesskunden, also Firmen oder Selbstständige. So, daran sehen wir ja schon, dass in der Vergangenheit es reguliert wurde, gewisse Produkte, Dienstleistungen zu verkaufen. Dorthodor ist einer der Vertriebswege, der nicht reguliert ist, beziehungsweise wo es nicht verboten ist, im Haustiergeschäft an Privatpersonen, Produkte, Dienstleistungen, Verträge, was auch immer zu verkaufen. So, es ist aber allerdings im Hintergrund, gerade in der Diskussion vom Verbraucherschutz und von größeren Firmen, dass Dorthodor verboten werden soll. Warum ist das so und wie können wir dafür sorgen, dass es aufgehalten wird, beziehungsweise was muss sich im Markt ändern, damit das nicht passiert? Also wenn wir uns einmal die Geschichte vom Dorthodor anschauen, die wir einmal hier hinter mir sehen, sehen wir ja, dass Dorthodor nichts Neues ist, sondern das Dorthodor schon das älteste Bild, was wir gefunden haben. Das heißt, der Hausierer ist von 1495. Sehen wir ja, dass es ein ganz normaler Vertriebsweg war, Produkte anzubieten. Zum Beispiel Wanderapotheker. In einer Stadt wurden irgendwelche Heilmittel als Nein, was auch immer hergestellt. Und die Wanderapotheker haben dann mit einem Rucksack auf ihren Schultern das von Dorf zu Dorf gebracht. Denn damals gab es keinen Paketdienst, es gab kein Amazon, sondern es gab keine Flugzeuge, die irgendwo Produkte hingebracht haben, sondern es war schon auch in der Steinzeit so, dass jemand die Produkte genommen hat und dann per Fuß an die Haustüren geklopft hat oder sie auf den Märkten verkauft hat. So, das heißt, Dorthodor ist eines der ältesten Gewerbe, die es überhaupt gibt und auch eines der wichtigsten Gewerbe. Denn diese Leute waren damals extrem hoch angesehen, denn sie haben News, Nachrichten mitgebracht. Sie wurden freudig erwartet, denn sie haben Kundschaft darüber mitgebracht, wie läuft es in anderen Gebieten. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Kriege, irgendwelche Schlachten waren, haben sie erzählt, wie ist der Stand gerade, was sind da für Neuerungen. Und deswegen waren Hausierer Dorthodor sehr, sehr gerne gesehen. Genauso ist es in der heutigen Zeit, dass wenn ein Gebiet wirklich gut durchgearbeitet wurde, wenn die Kunden einen sehr professionellen, seriösen Verkäuferberater hatten, dann kaufen sie gerne wieder und sie freuen sich auch, wenn die Person nochmal kommt oder einen anderen Dorthodor-Verkäufer. Zum Beispiel, letztens hat Fabian einen Dorthodor-Verkäufer angerufen und hat gesagt, hey, ich habe deine Nummer von einer Kundin bekommen, die hat so positiv von dir berichtet und meinte, ich soll mich doch mal bei dir melden. So, und das heißt, weil Fabian damals einen sehr, sehr guten, nachhaltigen Job gemacht hat, war diese Frau so begeistert davon, hat den nächsten Dorthodor reingelassen, ein ganz anderes Produkt verkauft hat und hat positiv über ihre Erfahrungen berichtet. So, und jetzt gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Dorthodorler, die aus anderen Branchen kommen, die kein so gute fruchtbare Erde hinterlassen, sondern die den Kunden belügen, betrügen, Leute abschließen unter irgendwelchen Versprechungen, die gar nicht stimmen. Und wie kannst du dir vorstellen, wenn der Kunde belogen wird, warum sollte der dann nochmal Bock haben, das nächste Mal auf jemanden an der Tür reinzufallen? Selbst wenn dieser Dorthodor-Verkäufer nichts Illegales macht oder nicht solche Sachen in der Absicht hat, wie der davor, sondern wirklich den Kunden beraten will, ein gutes Produkt hat, dann ist aber ein verbrannter Boden da und wer oft belogen wurde oder auch einmal belogen wurde, hat keinen Bock, das nächste Mal etwas abzuschließen. So, und das heißt, der Grund, warum Dorthodor schon öfter jetzt versucht wurde zu regulieren, liegt daran, dass es einfach Verkäufer auf dem Markt gibt, die unethisch, unsauber verkaufen, mit Lügen und auch irgendwelche Produkte, die der Kunde gar nicht braucht, weil sie einfach nur die eigene Kohle im Visier haben. Aber sie verstehen nicht, dass selbst wenn sie vorne raus viele Verträge schreiben, dass die hintenrum wieder rausfliegen, weil die Stornoquote extrem hoch ist und weil sie sich selbst den Boden verbrennen, denn du kannst ja jemanden, den du belogen hast, jemanden, wo du, keine Ahnung, aus dem Fuß in die Tür gestellt hast, kannst du ja nicht noch ein zweites Mal hingehen. Das ist auch übrigens der Grund, warum die meisten Dorthodor-Verkäufer nicht bei sich in der Straße im Umfeld, wo sie wohnen, arbeiten wollen, weil sie Angst haben, dass sie die Leute dann im Supermarkt oder irgendwo auf der Straße treffen, weil sie natürlich unsauber gearbeitet haben und dann nicht in ihrem eigenen Gebiet sozusagen wildern wollen. Fabian und ich haben regelmäßig bei uns um die Ecke, um die Straße gearbeitet, denn wir hatten keine Angst davor oder so, wenn wir die Leute wiedersehen. Wir wussten ja, dass wir sauber und ethisch korrekt verkaufen und wir haben uns sogar gefreut, wenn wir Kunden dann wieder getroffen haben, weil wir einfach wussten, die haben sich gefreut darüber, dass sie jetzt eine große Ersparnis haben oder ein Produkt, von dem sie wirklich überzeugt waren, was sie wollten. So und das heißt, Dorthodor ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig, denn abgesehen davon haben wir in der letzten Zeit auch gesehen, dass Dorthodor sehr wichtig ist, denn es gab Leute, ältere Leute, die haben schon seit Wochen, Monaten keinen Besuch mehr gehabt, haben sich total gefreut über sozialen Kontakt und wir wissen ja, dass der Mensch ein soziales Tier ist und da gibt es auch genug Experimente darüber, dass wenn wir zu wenig Kontakt haben oder gar keinen Kontakt haben mit anderen Menschen, dass das sehr schwer für unsere Psyche ist, dass dadurch einfach psychologische Krankheiten sich ausbilden, entwickeln können und wenn wir jetzt mal die letzten ein, zwei Jahre anschauen, was da passiert ist, dann denke ich mal, ist das ja auch sehr bekannt, dass dadurch einfach sehr, sehr viel negative Gefühle in der Gesellschaft entstanden sind. Genauso gab es diverse Probleme an der Tür, wo der Verkäufer, der Dorthodorverkäufer, weil er dort geklingelt hat, eingreifen konnte bei diesem Problem, die Polizei rufen konnte und somit Menschenleben einfach gerettet hat und vor allem in der heutigen Zeit, wo alles digitaler ist, wer erlebt das nicht? Man will sich irgendein technisches Produkt kaufen oder irgendwie Kleidung oder so und man geht nicht in den Laden, sondern bestellt es digital, dann passt die Technik nicht, dann ist es nicht genau die Leistung, die man haben will, obwohl man davor schon im Internet recherchiert hat, hat man trotzdem was Falsches bestellt, Klamotten sind in der falschen Größe, haben nicht die Farbe, nicht das Material, wie es eigentlich beschrieben war. So und das wäre alles nicht der Fall gewesen, hätte man es im Laden gekauft oder hätte man eine persönliche Beratung gehabt. Und das ist ja der Vorteil von Dorthodor, jemand ist Face-to-Face bei dir. Du musst dich nicht irgendwo online abmühen mit irgendwelchen künstlichen Intelligent-Chatbots, die die Hälfte eh nicht verstehen. Du musst nicht ewig lang in der Warteschleife warten oder in der Warteschleife den Roboter, der da dran ist, erst mal zehnmal die Kundennummer sagen, bis er sie doch falsch verstanden hat, sondern du hast direkt deinen Ansprechpartner wo du, wenn du auch einen top-seriösen, guten Verkäufer hast, der dir auch seine Handynummer hinterlässt, wo du ihn direkt anrufen kannst, wenn du irgendwelche Rückfragen hast oder irgendwie Hilfe brauchst. Und das heißt, so kannst du dir sicher sein, wenn du einen guten Verkäufer vor dir hast und du verkaufst etwas an der Haustür, dass du eine sehr gute Beratung bekommst. Und das ist das, was absolut verloren geht. Und überleg mal in einer Gesellschaft, wo wir jetzt schon super, super digital sind. Ich meine, früher gab es den Geldboten, der hat dir das Geld an der Haustür gebracht, den Postboten, den hast du erwartet, den hast du dann getroffen. Es gab viele Dort-to-Door-Leute, die an die Haustür gekommen sind, ob sie Messerschleifen wollten, ob sie Zigaretten verkaufen sollten oder irgendwelche Töpfe, was auch immer für Dienstleistungen. Es war ganz normal, viel menschlichen Kontakt besucht zu haben. Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Und das heißt, wenn dieser weitere Kontakt jetzt auch noch wegfällt, glaube ich, dass wir uns auf eine sehr traurige Gesellschaft bewegen. Und deswegen ist das, was gerade in Arbeit ist, dass sehr viele Regularien getroffen werden. Und die Quintessenz daraus ist, dass es auf jeden Fall eine Regulierung geben wird für den Dort-to-Door-Vertrieb. Also das heißt, eine offizielle Ausbildung, offizielle Qualitätsnachweise. Und wenn du jetzt die ganzen Jahre und in der Vergangenheit immer sehr unsauber verkauft hast, dann ist es ja auch alleine aus gewohnheitstechnischen Gründen super, super schwierig, den Pitch oder die Einwandbehandlung, die auf Lügen basiert oder die auf falschen Tatsachen einfach basiert, abzuändern. Und dann wirst du es einfach immer schwerer haben. Denn es gibt genug Firmen, die sind angewiesen auf den Außendienst. Dadurch, dass einfach Online-Werbung nicht so gut klappt, wie wenn man wirklich Face-to-Face mit den Leuten redet. Das heißt, es werden sehr viele große Firmen sich dafür einsetzen, dafür kämpfen, dass Dort-to-Door bestehen bleibt. Es wird sich aber regulieren. Und wenn du in der Vergangenheit diese Sachen nicht jetzt angeschaut hast, nicht anders ethisch korrekt verkaufst, dann ist halt die Zeit langsam am Markt nicht mehr gegeben. Genauso wie viele Online-Coaches, die mit alten Methoden arbeiten, wo es keinen Support gibt, wo es keine Unterstützung gibt, sondern wirklich nur Geld eingesammelt wird mit irgendwelchen komischen Systemen, die dahinter stehen. Diese Zeit geht jetzt auch vorbei, denn durchs Internet sind einfach Informationen, die viel besser, viel mehr ausgetauscht werden. Und die Frage, die du dir stellen solltest, wenn alles mehr in Richtung Qualität geht, der Markt immer mehr überwacht wird, wenn immer mehr geschaut wird, dass alles gut läuft, wenn wir auch zum Beispiel Google-Bewertungen oder sowas sehen, sind ja auch ein sehr guter Indikator, dann solltest du dich fragen, auf welcher Seite du stehen möchtest. Möchtest du auf der Seite stehen, Kunden zu belügen, Kunden zu betrügen, ganz viele Manipulationstechniken zu lernen, um irgendwie dem Kunden das Produkt aufzubinden, um dann irgendwann später viele Stornos zu haben, vielleicht auch viele Gewissensbisse, denn du bist ja 24-7 mit dir zusammen, du liegst abends mit dir im Bett. Und wenn man nicht ein soziales Mitglied der Gesellschaft ist, fühlt man sich nach gewissen Jahren sehr, sehr schlecht. Das kann ich dir aus hunderten, tausenden Coaching-Sitzungen mit älteren Menschen sagen und vor allem mit denen, die irgendwann mal was Unehrliches gemacht haben. Denen geht es dann sehr, sehr schlecht. Oder möchtest du lieber auf der anderen Seite sein, dass du Kunden einen Mehrwert gibst, dass du ihnen keine Produkte aufdrängst, sondern ihnen den Mehrwert für sich zeigst, dass sie danach glücklich sind, dich gerne wieder anrufen, um das Nächste zu kaufen oder dich gerne weiterempfehlen an andere Leute und dass gemeinsam daran gearbeitet wird, dass wirklich der Dort-Dort-Boden, der Verkäufer-Boden eine grüne Wiese wird. Denn selbst wenn du nicht verkaufst, aber etwas Positives hinterlässt und das akzeptierst, dann düngst du die Wiese und der Nächste, der da hinkommt oder du im halben Jahr oder Jahr, hast es dann leichter zu verkaufen. So, und wenn ich sehe zum Beispiel, was bei unseren Coaching-Kunden ist, in unserem SHS-Netzwerk, ganz früher in anderen Verkäufer-Bereichen, da wurde Pitch so geheim gehalten, da wurde dann dem anderen nichts gegönnt, jeder hat nur auf sich selbst geschaut und alles war sehr vom Ego getrieben und jeder hat gegen jeden gekämpft. Und wenn ich jetzt sehe, in unserem SHS-Netzwerk, die Coaching-Kunden halten es zusammen, sie unterstützen sich gegenseitig, selbst wenn sie sozusagen Konkurrent sind, weil sie sagen, wortwörtlich, ihnen ist es lieber, dass das SHS-Netzwerk wächst, dass so das ethische, saubere Verkaufen mehr zunimmt, dass die Wiesen sozusagen grüner sind, als dass sie sich gegenseitig sozusagen in der Ellbogengesellschaft entwickeln, weil es bringt generell dort und dort und verkaufen viel, viel mehr, wenn die Verkäufer alle nach demselben Kodex zusammenarbeiten oder auch so arbeiten beim Kunden, indem sie ehrlich, sauber, korrekt, mit einer hohen Qualität und Quantität verkaufen. So, und jetzt ist halt die Frage an dich, möchtest du Teil sein, dieses, ja, Scammigem verkaufen noch, was halt einfach so nicht mehr geben wird oder sehr, sehr massiv erschwert wird, oder möchtest du lieber zu einem Netzwerk gehören von Verkäufern, die sich alle demselben Ziel verschrieben haben, in einer hohen Qualität und Quantität zu verkaufen? Die Entscheidung liegt bei dir. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.